Hallo, ich bin Malte Herwig und ich bin kein Zauberer. Lassen Sie sich von meinem Äußeren nicht täuschen. Die Weste ist keine richtige Weste und auch die Fliege ist ein Fake. Als Autor haben mich schon immer Lügen, Fakes und Schwindler fasziniert. Und für mein neues Buch hätte ich keinen besseren Hauptdarsteller finden können, als ein Mann mit dem mysteriösen Namen Kalanak. Es hat ihn wirklich gegeben. Kalanak war der größte Showstar der jungen Bundesrepublik und machte als Zauberer eine Weltkarriere. Er ließ Autos verschwinden, seine Partnerin Gloria bis unter den Bühnenhimmel schweben und servierte aus einem Glaskrug voll Wasser auf Zuruf jedes Getränk, das sich die Zuschauer wünschten. Doch Kalanaks größtes Kunststück war es, seine Vergangenheit verschwinden zu lassen. In Wirklichkeit hieß er Helmut Schreiber. Er hatte für Göring, Goebbels und sogar für Hitler persönlich gezaubert. Nach Kriegsende erfand sich Helmut Schreiber neu als Täuschungskünstler Kalanak, der nicht nur auf der Bühne trickste, sondern auch im wahren Leben. Kalanak täuschte die alliierten Besatzer ebenso wie seine Zuschauer. Und böse Zungen behaupteten sogar, er habe seinen märchenhaften Aufstieg mit gestohlenem Nazi-Gold finanziert. Ob das stimmt? Die ganze Geschichte erzähle ich in meinem neuen Buch Der große Kalanak, wie Hitlers Zauberer die Vergangenheit verschwinden ließ und die Welt eroberte.